Und somit herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Oddworld. Ähm, Apes Odyssey. Ja, Apes Odyssey, ähm, ja, ich habe euch entscheiden lassen, wo ich hingehen soll, zu, nach Pyramonia oder nach Scribania. Und ihr habt euch entschieden und zwar für, 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 ah, dreimal dürft ihr raten, Scribania. Ja, die meisten haben für Scribania gestimmt. Gab zwar viele auch, die für Pyramonia gestimmt haben, aber die meisten, ähm, haben Scribania. Tja, die Scraps. Das waren die Scraps. Und willkommen in, ja, Scribania. Das ist noch nicht Scribania, das ist auf dem Weg zur Scribania. Äh, wenn ihr da im Hintergrund seht, das Gebäude da hinten, ähm, das riesige Gebäude, das ist Scribania. Das ist der Tempel der Scribania. Und das hier ist nur, ja, der Weg dahin. Ne, in dem, in dem Canyon. Ich nenne ihn jetzt einfach mal den Scrap Canyon, oder? Er heißt, ähm, kann man doch nicht, wenn man auf Pause drückt, gucken, wie der heißt? Egal. Was, was wird uns hier gesagt? Gehe. Vorsichtig. Bruder. Machen wir, machen wir. Ich muss mal wieder kurz auf die Uhr schauen, ne, damit das hier nicht zu knapp wird. So, ähm, hier, ganz easy. Erstmal töten wir den hier, ne. Den trägst du jetzt ganz, ganz, ganz geil aus. Pass auf, er kommt jetzt hier hin. Und dann, hinter ihm her. Pass auf. Ah. Ah. Okay, der müsste jetzt sterben. Oh, und, äh, ich muss mal kurz für mich leiser stellen. Da ist er tot. Ähm, zum Thema, zum Thema bezüglich, äh, ich hab ja im letzten Part gesagt, dass ich, äh, äh, diesmal hier über Dingens reden werde. Ah, okay, hier muss ich den mit der Falle töten. Pass auf. Da ist das Kreuz. Seht ihr das Kreuz? Seht ihr das Kreuz? Und, und, und? Äh. Fuck. Daneben. Warte, jetzt gleich, wenn er zurückgeht. Warte, warte, warte. Für die Rebellion, Leute. Für die Rebellion. Ähm, ich hab ja gesagt, dass ich hier mehr über den Mond sprechen werde. Und, ähm, dass ich was dazu erzählen möchte. Die Story, die Story, die Background-Story. Ja, ich hab jetzt dadurch, das Symbol da oben, äh, dieser Kreis, bedeutet, dass ich irgendwo einen Brunnen aktiviert habe. Irgendein Brunnen. Und das Kreuz hier steht dafür, dass hier was landet. Also, hätte ich von dieser Seite den, äh, Hebel aktiviert, wäre ich jetzt tot. Ja, deshalb weiß ich ja alles, weiß ich ja alles Sachen. Und ich glaube, der ganz hinten, ganz rechts, wo der Brunnen aktiviert. Was steht hier eigentlich? Ich lesen mal kurz, was hier steht. Hier steht, um das Elum zu besteigen, stell dich davor und drücke nach oben. Ja, das Elum kommt gleich auch. Das ist ein Reittier. Ich hab's mal Esel früher genannt. Ist aber ein Elum. Hat nichts mit dem Esel zu tun eigentlich. Ähm, ja, der Mond. Der Mond, ähm, der Mond und wieso da die, die, der Handabdruck von den Mudokons drauf ist. Ähm, lange, lange Zeit, bevor hier das hier alles geschehen ist, lange Zeit hier, äh, hiervor, ähm, waren die Glackens, also die Bösewichte hier im Spiel, und die Mudokons eigentlich enge Freunde. Sie waren eigentlich enge Freunde und haben zusammen gearbeitet und hast du nicht gesehen, zusammen gelebt. Und, ähm, da gab's auch kein großes von wegen, hey, wir sind, äh, besser als ihr, ihr seid schlechter als, äh, wir oder sonst was. Es, die waren eigentlich immer Harmonie. Und dann, eines Tages, ähm, wurde, glaub ich, durch ein, durch ein, ein Unwetter, durch, glaub ich, ein Unwetter, durch einen Sturm auf dem Mond, ähm, ist halt, ähm, ein Krater entstanden, ein riesiger Krater entstanden, der dann so aussieht wie eine Hand von den, äh, von den Mudokons. Und das ist ein Zeichen. Oh, das ist Elum schon. Boah, hab ich mich grad erschreckt. Das ist Elum. Wir nennen es mal Alfred. Ah ja, Alfred. Alfred. Alfred, das Elum. Ist wunderschön, oder? Sieht aus wie so ein kleiner, hat irgendwie was von einem Dinosaurier, oder? Mit den, mit den starken Beinen und mit den kleinen, kleinen Händchen. Hat irgendwie was von, von einem, äh, von einem Dinosaurier. Ist aber ziemlich süß, das Ding. Ist ziemlich süß, ja. Ähm, war genau mit dem Mond. Da ist halt dieser Krater entstanden. Und das ist ein, ein Zeichen, ein Zeichen hier in Oddworld, ein Zeichen dafür, dass, äh, die Götter, die, die Götter oder halt die Herrscher über Oddworld damit sagen wollen, wäre, ähm, dass halt die Mudokons, wollten mit diesem Zeichen sagen, dass wir die Mudokons, die, die, ähm, die Superior, die Superior, äh, wie heißt das, Superior? Die halt, die, ja, die Herrschenden, die Herrschenden hier in Oddworld sind. Dass die halt die, die, ähm, ja, die Herrschende, die Herrschende Rasse hier in, äh, in Oddworld ist. So, und das hat natürlich den Glackons nicht gefallen, ne, das hat den Glackons nicht gefallen, so von wegen, hä, das, das sind mir scheiße. Und haben sich halt extrem verletzt gefühlt und haben sich alle im Untergrund versteckt. Sie sind voll, haben sich von den Mudokons getrennt und, ähm, mal gucken, was ich in der Nachricht habe. Die Suche nach den Heiligen Ringen, Bruder. Ähm, hier ist, hier ist nichts mehr da. Ich hoffe, ich finde, ich hoffe, ich verpasse keine Secrets, aber ich glaube, auf dem Weg nach Scrabenia kommt kein Secret. Ähm, ja, jedenfalls. Ach man, jetzt lass mich doch mal aussprechen. Hi. Okay. So, jetzt kriege ich die Heiligen Ringe. Du bleibst hier. Die Heiligen Ringe bedeuten, pass auf, wir haben jetzt eine Macht. Nein, die Macht, wir haben jetzt so eine, so eine Druckwelle, eine Kraftwelle. Und damit können wir das hier machen. Ja. Damit können wir das hier machen. Ich glaube, unten wäre ich sicherer gewesen, aber auch egal. Ich gebe mir noch einen Ring. Hi. Bini, bini, bini. Pff. Dankeschön. So, und, ähm, ja, wie gesagt, die haben sich, äh, die haben sich zurückgezogen. Die Glackens haben sich komplett zurückgezogen, ähm, und, und, ähm, 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 was darfst du noch? Haben sich komplett zurückgezogen in den Untergrund, haben sich irgendwo unter der Erde oder sowas, haben sich dort einen ganzen Industriestaat aufgebaut und haben halt vieles selbst gelernt. Und haben alles halt, ähm, wollten halt nicht raus an die Oberfläche, weil sie sich halt von dem, von dem Mond halt, ja, wie soll ich sagen, äh, beleidigt gefühlt haben. Und den Mond nicht sehen wollten und haben halt deshalb unter der Erde gelebt und dadurch, äh, das ist auch ein, ein, ähm, wieso das, ähm, wieso, wieso die Glackens, alle Glackens, also Slicks ja auch, die haben alle leuchtende Augen. Das kommt davon, weil sie ihr Leben lang, also schon seit zig Jahren, tausend Jahren unter der Erde gelebt haben und sich so entwickelt haben, dass ihre Augen sich halt an die Dunkelheit gewöhnt haben und halt so leuchtend geworden sind. Deshalb leuchten ihre Augen, ja. Ich geh aber mal kurz noch nach oben und hol mal die Ringe. Das war jetzt, warte, zweimal lang, einmal kurz, naja. Und, ähm, aber die Mudokons sehen diese leuchtenden Augen eher als, als, ähm, das Leuchten, das soll, äh, haben die Mudokons so angesehen, als wäre es halt der Hass und die Gier, äh, die in ihren Augen leuchtet. Haben die das so, glaube ich, beschrieben. Aber eigentlich kommt das davon, dass sie halt immer unter der Erde gelebt haben. Hallo. Hi. Hallo. Ja, und das ist so, eigentlich so die Geschichte, äh, von den Glackens und den, von den, äh, Mudokons. Die Glackens sind dann halt irgendwann eines Tages halt wieder an die Oberfläche gegangen und haben halt, ähm, die Mudokons erstmal nur als Arbeitskraft bei sich eingestellt und, ähm, haben halt diese Fabrik geöffnet. Mehrere Fabriken geöffnet. Es gibt ja nicht nur Rapture Farms, wo man Fleisch herstellt. Im zweiten Teil wird man noch mehr von den Fabriken, äh, sehen, äh, für Getränke und für alles Mögliche. Gibt's mehrere, ähm, äh, Firmen und Werkstätte. Ähm, was war hier? Ach genau, hier ist das Passwort, ne? Hallo. Warte. Hallo. Hallo. Das war jetzt lang, lang, kurz, ne? Okay. Ja, okay. So, und jetzt die Druckwelle. Boah. So. Jetzt hole ich meinen Esel wieder. Mein Esel, mein Elum. Alfred. Wo bist du, Alfred? Ähm, ja, das ist so die, ja, klar, wir haben die, 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 die haben halt die, die, ähm, die, wie heißt die nochmal? Die Mudokons erstmal, nein, folge mir. Folge mir. Haben die Mudokons, wie gesagt, ähm, erstmal halt als Arbeitskraft eingestellt, kamen wieder zurück und haben halt diese Fabriken geöffnet und haben halt den Mudokons sozusagen eine zweite Heimat gegeben, ähm, 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 aber haben im Prinzip die dann im Endeffekt versklavt. Im Prinzip im Endeffekt, wie sich das anhört. Folge mir. Äh, haben die dann versklavt und, ähm, ja, und das ist jetzt hier mehr oder weniger, sind wir jetzt hier. Ja, dass die Glacken so weit gekommen sind, dass die sogar die Mudokons, äh, verspeisen wollen. Wird hier nicht gesavestated? Doch. Da oben möchte ich kurz die Nachricht lesen. Lauf, Elo. Lauf, Bruder. Machen wir, machen wir. Ähm, kannst du bitte, kannst du, kannst du bitte aufsteigen? Ich mag diese schnellen Passagen, die man mit dem Elo laufen muss. Ich mag die. Ich find die super. Und los geht's. Dädem, 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 hua, dädem, 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 hua, dädem, 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 hua, dädem, 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 dädem. Oh, oh mein Gott. Ich muss hier noch, schaff ich so rüber? Ja, schaff ich. Perfekt. Und der Hintergrund ist super, Leute, der Hintergrund. Seht euch das an, wie das aussieht. Damals, damals war das der Shit, ey. Damals war das der Shit, als es für die Playstation 1 rausgekommen ist. Damals war das der Shit. Damals, zu der Zeit, das Einzige, was geiler war, danach, das Einzige, was danach was geiler war, von, von, von diesen Effekten, von der Grafik her und so weiter. Das war damals, glaub ich, Final Fantasy VIII, ne? Glaub ich, war das. Was haben wir hier? Die Suche. Äh, ja, das USB-Gerät wurde nicht erkannt. Welches USB-Gerät wurde nicht erkannt? Ich hoffe, kein wichtiges. Ich hoffe, kein wichtiges Gerät. Ähm, wie gut. Ähm, ja, was wollte ich jetzt sagen? Ähm, genau. Und diese, diese Geschichte, äh, diese Geschichte, wie sie so entstanden ist, oder wie halt, äh, wie das halt alles entstanden ist, diese, diese Story und so weiter, ist an sich nur entstanden, weil, nehmen wir mal den mit hier. Folge mir. Ist eigentlich nur entstanden, weil, ähm, die damals, als sie halt das Spiel entwickelt haben, wollten sie eigentlich, ah, da ist, äh, ja, Elums, Elums lieben, ähm, Honig. Ich glaub, das steht jetzt da auch oben, oder? Elums mögen Honig, aber keine Bienen. Bruder. Ein richtiger, richtiger Winnie-Puza. Das Elum liebt Honig, aber hasst Bienen, ja. Ähm, und das ist nur entstanden, diese Geschichte an sich ist nur entstanden, weil, ihr seid doch natürlich fest, es lag an technischen Problemen, wieso diese Geschichte eigentlich in Wirklichkeit entstanden ist. Denn, fuck, ich brauch Steine. Denn, ähm, wo krieg ich denn die Steine? Ach, hier, runterfahren, ja genau. Denn, hä, wie komm ich jetzt an die Steine ran? Ich brauch irgendwo einen Brunnen, glaub ich. Äh, die Geschichte ist nur entstanden, weil, ähm, weil, die, eigentlich, eigentlich wollten die das so machen, dass, äh, in der Cutscene, wo halt Ape halt mit dem Mond und seiner Hand so vorhält, die wollten eigentlich in der Cutscene das so machen, dass während Ape da in dem Dunkeln rumläuft, dass, ähm, ein Meteor oder sowas, oder halt ein Meteor Hagel oder sonst was, auf den, äh, Mond einschlägt. Auf den Mond einschlägt und, ähm, dieser Krater dadurch entsteht. Genau dieser Krater in der Form von seiner Hand. Und das soll halt so verdeutlichen oder so zeigen, Ape, also dem Ape soll in dem Moment zeigen, so von wegen, hey, du bist der Auserwählte, ähm, wir führen dich. Also, die Götter sollen ihm sozusagen ein Zeichen gegeben, so von wegen, du bist auserwählt, dass du alle retten sollst. Und, ähm, ja, das ist halt das Zeichen, was dann Ape sehen sollte. Das haben die aber, ähm, wegen technischen Problemen oder halt so, weil die halt, ähm, damals noch nicht diese Technik hatten, das zu animieren, konnten die nicht machen. Und haben halt einfach die Hand schon vorher einfach draufgepackt. Und das mussten die halt irgendwie anders erklären. Also haben die das in irgendeinem Interview, Interview, glaube ich, haben die das einfach mal die Geschichte ganz anders erklärt. Und zwar so, wie ich sie gerade erklärt habe, ja. Hallo. Hi. War das jetzt? Oh, oh. Was? Nochmal. Hallo, hallo. Achso, okay. Okay, okay. Lang, kurz, kurz, lang, kurz. Okay. Wunderschön. Ja, und das ist so eigentlich so die Geschichte von, äh, den Mudokons und den Glackens, wieso die verfeindet sind und was da passiert ist. Und, ähm, ist eigentlich im Grunde nur ein großes Missverständnis, mehr oder weniger, oder? Weil, ähm, die Mudokons an sich können ja nichts dafür, dass die Götter sie ausgewählt haben, dass sie halt, ähm, dass sie halt die Auserwählten sind. Du brauchst Bienen. Ja, hier holen wir die Bienen. Ah! 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 Die können mich auch töten, wenn ich zu lange, äh, in einem Schwarm unterwegs bin. Wenn ich nicht weglaufe oder sowas, dann, ja. Oh, alles wird gut, liebes Elum. Alles wird gut. Gehen wir nach unten. Ja, das ist so die Story von den Glackens und den Mudokons. Und, äh, ich finde es lustig, wie sie einfach entstanden ist. Dadurch, nur halt nur wegen technischen Problemen ist sie so entstanden. Finde ich ganz lustig. Und, hepp! Und, bitte töte mich nicht, bitte töte mich nicht, Slick. Er, töte mich nicht, okay. Und, hepp! Ah! Ah! Oh mein Gott! Oh! Ich wollte weiterspringen. Ich wäre direkt in die Mine reingesprungen. Das, äh, wäre ein wenig eskaliert. Ja. Ich denke mal, ich muss hier rein, oder? Nein! Elum! Oh! 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3! Oh, danke schön. Ich dachte, das Elum kommt gleich mit. Ey, das wäre jetzt Chaos gewesen. Ey, beruhigt euch. Alles, alles gut, alles gut, alles gut. Alles gut. Ich habe alles unter Kontrolle. Okay, 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 okay. Wo komme ich hier raus? Ah! Hallo! Hallo! Passwort! Okay, er braucht ein Passwort. Das habe ich schon gesehen, wo ich das kriege. Ich glaube, ich kriege das auf der anderen Seite. Habe ich noch Steine? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Muss hier nicht Steine rauskommen? Ach da, okay. Habe ich schon gerade gesehen auf der anderen Seite. Muss ich, ja genau, von der Seite muss ich, ähm, erstmal die Bombe loswerden. Loswerden. Ah, reicht so ein Wurf? Ach, reicht. Und dann auf der anderen Seite runterfahren und dann das Passwort holen, indem ich meine Hand in die Steintafel reinlege. Das wird schön, oder? Das wird jetzt schön. Schön die Flosse da reinlegen. Ist da ein Secret? Immer, immer alle Wände testen. Immer alle Wände testen. Ich bin mir eigentlich sicher, dass es hier auf dem Weg zum Tempel eigentlich kein Secret gibt. Nochmal, was? Kurz, lang, kurz, kurz, furz. Kurz, lang, kurz, kurz, furz. Wunderschön. Wunderschön. Kurz, lang, kurz, 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 furz. Wunderschön. So, Bruder. Ich habe dein Passwort. Hi. Kurz, lang, kurz, kurz, furz. Schön. Ich mag es, wie Abe furzt. Ich mag es. In dem Remake hat er auch, glaube ich, mehrere Furz-Sounds. Hier hört sich der Furz halt immer gleich an. Und im Remake hat er mehrere. Da variiert der Furz ein wenig. Da kommt auch ab und zu mal ein Feuchter raus. Boom, boom. Alles weg. Alles weg, gebombt. Jetzt kann ich auch die Slicks mir holen. Superschön. Natürlich bringen sie sich jetzt gegenseitig um. Die Dummköpfe. Ihr seid so dumm. Als würde euch das was bringen. Als würde euch das was bringen. Weißt du, du tötest deinen Kumpel, weil er, weil er, ähm, 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 verdingest wurde. Verzaubert wurde. Und dann, und dann, ähm, ne? Und dann du Arsch. Wohin, wo komm ich hier raus? Ah, ich wollte hier nicht raus. Und dann stirbst du doch sowieso. Das weißt du. Ne, ich hab ja schon entzündet. Entzündet? Entschärft. Entzündet. Fuck, jetzt muss ich wieder den anderen Hüll nehmen. Entzündet. Was ist mit mir los? Entschärft. So. Hier rein. Einmal bitte Elum. Alfred, wir müssen weiter, ne? Wir können hier nicht ewig bleiben. Auch wenn du hier es schön findest, Alfred. Nein, wir können hier nicht bleiben. Und jetzt springen, Alfred. Danke. Hui. Hui. Da ist der Fahrstuhl. Genau, perfekt. Ab geht's nach oben, Alfred. Ich finde die Hintergründe hier immer so schön. Sieht immer so schön atmosphärisch aus. Finde ich super. Der Canyon. Der Canyon. Wenn wir Richtung Perimonia gegangen wären, dann würde es dort anders aussehen. Hallo. Hi. Ich glaube nicht, dass ich das jetzt brauche. Aber wieso nicht, ne? Wer weiß, was gleich noch kommt. Vielleicht vertue ich mich. Ich meine, hier müsste gleich direkt wieder eine Tür kommen. Und dann direkt ein Savepoint. Ah, ja. Ja, ja, ja. Ich lag richtig. Ich brauche Anlauf. Ah. Heilige Schitte. So. Und? Nächster Abschnitt. Ich glaube aber, wird hier gespeichert. Oh, guckt euch das, wie schön das aussieht. Das sieht so schön aus. Ich mag das. Auch wenn, klar, die Grafik ist halt nicht, ähm, nicht optimal, nicht optimal, aber trotzdem alles. Wenn man bedenkt, dass es aus 1997, 98 ist, ist es trotzdem eigentlich wunderschön. Ja, ich mag's. Ich mag diesen Stil. Und, äh, ich würde aber sagen, wir beenden hier. Wir machen hier Schluss. Wir machen hier ein Päuschen. Äh, ich bedanke mich für das Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, ne? Ihr wisst Bescheid, wie ihr mir das zeigen könnt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Episode von, äh, Apes Odyssey Outworld. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.